Unser Discord-Server zählt nun zu den besten Communities im Internet. Das sieht Discord auch so. Deswegen sind wir nun Discord-Partner geworden. Das ist der Spiegel der Community. Das haben wir euch zu verdanken. Deswegen machen wir noch einmal auf unseren Age of Clones-Server aufmerksam. Dieser ist gestern gestartet, schlüpft in die Rolle eines Clones wie Rex oder Commander Cody oder doch eines Jedi-Ritters und helft uns dabei, die Klonkriege zu gewinnen. Auf unserem Garrysmod-Server ist das seit gestern möglich. Weitere Infos findet ihr auf Discord. Der erste Link in der Beschreibung. Nachdem wir uns in den letzten Wochen viel mit den neuen Serien im Star-Wars-Universum beschäftigt haben, kommen wir doch dieses Mal zu einem Klassiker. Zum wirklichen, wahren Auserwählten. Rey Skywalker. Oh, ähm, Entschuldigung. Er sollte die Macht ins Gleichgewicht bringen. Doch Anakin Skywalker stürzte sie ins Dunkel. In Episode 3 bekommen wir den schnellen Wandel von der hellen zur dunklen Seite mit. Palpatine nimmt ihn für sich ein. Wenn man sich die Geschichte das erste Mal anschaut, mag man denken, dass Anakin sich unverständlich und zu schnell entwickelt. Doch wir merken, dass sich diese Entwicklung in allen drei Teilen abzeichnet. Schon in Episode 2 steigt der Hass auf Obi-Wan, da er ihm nicht helfen konnte, seine Mutter zu beschützen. Träume vergehen mit der Zeit. Das war seine Aussage zu Anakins Vision von der Zukunft. Und mehr nicht, während Schmie Skywalker auf Tatooine dabei ist, zu sterben. Wenn ihr das letzte Video gesehen habt, so kennt ihr die Hintergründe Dukus und seines Austritts aus dem Jedi-Orden. Er zählt zu den verlorenen 20. Die Parallelen zwischen Anakin und Duku sind nicht zu verkennen. So wie auch der Graf traf Anakin seine Familie als Padawan erneut und das unter schlechteren Umständen. Das volle Video zu Duku ist am Ende verlinkt. Ein wirklich geniales Thema, nur zu empfehlen. Anakin besaß wie Duku und Saifu Dias die Gabe in die Zukunft zu blicken und abscheuliche Dinge zu sehen. Abscheuliche Dinge, die einst passieren würden, wie zum Beispiel Padmas Geburt und dass sie dabei sterben würde. Letzten Endes hat sich alles so entwickelt, wie Anakin es gesehen hat. Er konnte all das nicht verhindern. Doch es gibt einen weiteren Grund, der Anakins Entwicklung unterstreicht. Einen weiteren Grund, der sein Handeln noch nachvollziehbarer macht. Und vor allem die Beziehung zu Obi-Wan und den Jedi aufschlüsselt. Sind Anakin und Obi-Wan zu Beginn wirklich gute Freunde, so erkennt man, dass Anakins Streben nach Macht kein Ende findet und Kenobi immer vor ihm steht. Er ist nicht dazu in der Lage, sich mit dem Jedi-Meister auf eine Ebene zu stellen. Er eifert dem Ewigkeiten hinterher, in der Hoffnung, Anerkennung des Hohen Rates und noch mehr Macht in der Republik zu erlangen. So ein weiterer Beleg im Film. Anakin wird für den Auftrag des Kanzlers in Erwägung gezogen, Grievous zu töten. Und wer verhindert das und würde vor allem den Ruhm für das Ende der Klonkriege erhalten? Richtig, Obi-Wan Kenobi. Der bescheidene Jedi passt Anakin nicht ins Bild und so fehlinterpretiert er, dass Kenobi ihn nicht weiterkommen lässt oder gar eifersüchtig ist. Das sind natürlich alles nur Vorwürfe gegen Obi-Wan. Ob er dem Ruhm wirklich hinterher eiferte, ist schwierig zu sagen. Es würde aber eigentlich nicht so in das Bild Kenobis passen. Anakin ist da eindeutiger. Doch es kommt schlimmer und das ist ein Punkt, der im Film primär nicht ersichtlich ist. Anakin hat Visionen und träumt von Padmes Geburt. Und wen sieht er noch neben Padme? Es ist immerhin sein Kind, das gerade geboren wird. Nein, er sieht sich nicht. Auch hier wird Obi-Wan abgebildet. Obi-Wan steht Anakins Frau zu ihrer Geburt beiseite. Und so formuliert er es auch später im Film, dass Obi-Wan Padme gegen ihn eingenommen hat. Anakins Ängste waren nicht nur, dass Padme bei der Geburt stirbt, sondern dass Obi-Wan Padme für sich einnimmt und sie Anakin verstößt. Und wer jetzt denkt, wir interpretieren wieder so viel, der täuscht sich. In einer frühen Fassung von Star Wars Episode 3 und der Novelization zum Film steht es schwarz auf weiß geschrieben. Dort vermutet Anakin, dass Obi-Wan eine Affäre mit Padme hat. Dies ergibt im übrigen Kontext auch nur Sinn. Zusätzlich existiert dieses Bild, in dem sich Kenobi und Amidala näher kommen. Was das zu bedeuten hat, sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall ein Indiz. Diese Deutungsebene geht vermutlich durch den Schnitt verloren. Im Kontext, dass Kenobi in Episode 3 dann auch noch gemeinsam mit Padme auf Mustafa landet, ist der Eindruck perfekt. Es wäre vermutlich nie zu einer solchen harten Auseinandersetzung gekommen, wenn nicht dieser durchgehende Eindruck von Kenobi entstanden wäre. Wäre Kenobi alleine auf Mustafa und nicht mit Padme gelandet, so wäre diese tödliche Auseinandersetzung eventuell sogar verhindert worden. Dieses weitere Detail erklärt natürlich einerseits den Hass auf Obi-Wan, den Anakin hat, aber auch seine Entwicklung ziemlich gut. Doch was ist eure Meinung zu dem Thema? Schreibt uns das in die Kommentare. Könnt ihr Anakin verstehen? Und ach ja, vergisst nicht auf Discord zu kommen. Bis dann, Freunde. Fürs Vielen Dank.